Willkommen in China. China ist 9 Millionen Quadratkilometer groß. China lebt in Asien. Die Hauptstadt ist Peking. In China wohnen über 1 Million Menschen. Nihau, das heißt Hallo. Ich trage einen Hund vor, das ist typische chinesische Kleidung. In China essen wir Frühlingsrollen, gebradene Nudeln, Reis und Gemüse. Nihau kommt mit zur chinesischen Mauer. Die chinesische Mauer ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. Sie ist 30 Kilometer lang. Sie sollten China vor Angreifern schützen. Sayan! Hallo Heidi, wusstest du schon, dass diese Statue 30 Meter hoch ist? Hallo Ramya. Nein, ich wusste nur, dass es die Christo Redento heißt. Das wusste ich gar nicht. Machst du auch Urlaub in Brasilien? Ja, aber ich konnte mich erst gar nicht entscheiden. Zuerst wollte ich die Nachbarländer Kolumbien, Venezuela oder Peru besuchen. Doch Brasilien reicht mir auch mit 208 Millionen 360.000 Einwohnern. Die Nachbarländer Kolumbien Wie muss ich die Kita parken gehen? Bonjour, Dilara und Delilah. Bonjour, Sisi! Bonjour, Jack und Joey! Bonjour, Lili! Wuff, wuff, wuff! Bello, aus! Delilah, wie groß ist der Eiffelturm und wie lange steht er da schon? Er ist 324 Meter groß und den Eiffelturm gibt es seit 1889. Klaffin Hallo, ich hätte gerne Chicken Rings. Aber gerne, wo wohnen Sie denn? In der American Street 14. Okay, ich komme sofort. Hallo, haben Sie meine Chicken Rings? Ja, es macht 3 Dollar. Juhu! In Ägypten spricht man Arabisch. In Ägypten leben 81.527.000 Einwohner. Ägypten ist ca. 1.002.000 Quadratkilometer groß. In Ägypten gibt es große Pyramiden. Die Pyramiden sind Grabmäler der alten ägyptischen Könige. Die Könige wurden Pharaonen genannt. Ein berühmtes Bauwerk ist Zwingt von Gizeh. Die ist 20 Meter hoch und 73 Meter lang. Ägypten liegt an der Wüste Sahara. Manchmal kommt es zu Sandsturmen. In Ägypten gibt es besondere Tiere, zum Beispiel Kamele, Schlangen, Krokodile und Skorpione. In Ägypten essen Sie gerne Falafel. Die Nachbarländer von Ägypten sind Sudan, Libyen, Tschad und Saudi-Arabien. Hallo bedeutet auf Arabisch Salam Aleikum und Tschüss bedeutet Prataq. Die Nachbarländer von Ägypten sind in Ägypten.